Hallo Leute, das hier ist unsere Welt und ich will Frieden, Frieden, der bleibt. Lasst uns handeln und vorher denken und Hand in Hand gestalten und zusammenhalten. Wenn ihr hört, jemand sei angeblich schlecht und das wäre Grund, dass man sich an ihm rächt, dann glaubt nicht den Gerüchten, wenn's nicht stimmt, nur weiß ich, wer das Recht dazu nimmt. Verurteilungen zu verbreiten und andere dazu zu verleiten, Menschen zu hassen. Gruppen und Rassen, hört nicht hin, macht nicht mit. Ich will Frieden, das hier ist unsere Welt und ich will Frieden, Frieden, der bleibt. Lasst uns handeln und vorher denken und Hand in Hand gestalten und zusammenhalten. Menschenrechte sollen für alle sein und das schließt die volle Würde ein. Jeder hat viel Gutes zu geben und möchte nur in Frieden leben. Politik soll voll und ganz für Menschen sein. Und Hass gehört da überhaupt nicht dran. Dient den Menschen. Setzt euch zusammen. Ich will Frieden, das hier ist unsere Welt und ich will Frieden, Frieden, der bleibt. Lass uns handeln und vorher denken und Hand in Hand gestalten und zusammenhalten. Ich will Frieden, 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 Das hier ist unsere Welt und ich will Frieden, Frieden, der Leid. Lasst uns handeln und vorher denken und Hand in Hand gestalten und zusammenhalten. Ich will Frieden. Amen.